Hi Leute, hier ist hier, euer Doktor Nikos 3 geholt Ich bin aufhin gekommen, wie hat das Jetpack funktioniert und hab Feilschein bekommen Stich, alles klar Also ich hab eh 5 Kins gemacht, höchstver-explosiv, das ist der neue Modus in Fortnite Ja, aha Hier, ich bin mal grad spiel, wie sind ich höchstver-explosiv, weil ich schon snipen bin Natürlich, warte, oah Oh, ne, ein Tilt-Towers Also wir gehen nicht so tiltet, aber ich sag dir die Regel Ich hab's ja, also wir gehen gleich auf die Passe, wir stellen vorne nach vorne Einzel-oh, eins Wir dürfen C hochbauen, denn wir machen so sehr selbstgestopftes raus Und wir haben nur 5 mal gestopft, wenn wir alle Leben halten So schön, so machen irgendjemand, ich nehm immer einen Tower von Tiltet Und dann, und dann bauen wir einfach so drauf Nein, nicht keinen Tower, wir müssen einen Tower selber bauen Ah, das klar noch mal, das Ja, die, denn die Towers sind nicht gleich so, also könntest du jetzt zum Beispiel einen 10 mal höher sein, vielleicht Ja, hm, ja Ja Ja, ok, ja Warte, du bist erst die 2-Taste Ja, also falls du 2-Taste gibt mir einen, der released 2-Tunde, die gebe ich dir auch an Ich, wenn du die 1-Hit-Side hast, dann kannst du sie mir dann geben Ne, die wollte ich dann Und letztes Landtag ist, letztes Unterlegst du Also ich kann ja auch Es gibt das Jet-Tag, es gibt das Jet-Tag in Spielwiese, es gibt das Jet-Tag in Spielwiese Ne Ich hab's grade Ich hab's grade Du musst mal rüberkriegen, soll ich mal damit rüberkommen Warte Ich komm mal schön mit dem Jet-Tag, warte Bleib mal beim Dach, bleib mal beim Dach, warte Bleib mal beim Dach, willst du mal kurz Ja, ich bleib da Hallo Du musst mal Team wechseln. Geh mal aufs Ding. Hier, tu mal Team wechseln, mach. Geh mal Team 2. Warte, ich geh jetzt wieder. Ich wollte nur... Aber ich nehme nicht... Geh doch rein. Warte, ich gebe euch. Ich werde jetzt auch beim Haus kommen und wieder rauskommen. Ich komm nicht mehr raus. Ich komm nicht mehr raus. Und der Schärfer ist richtig cool. Komm, wir suchen erst mal einen Sniper. Also wird es dann aber jetzt... Du? Die, wo immer bei jedem Schuss nachladen kann, Die sind also nicht die halt automatische, die... Gar nicht automatische, oder wie ich sie nennen soll. Ach so, ich versteh nicht, warum ich mich hingefahren bin. Das muss nachladen immer. Ja, das hab ich schon... Weißt du nicht? Das hab ich schon jetzt essen. So, der Auslandleben. Ich weiß aber, wie das... Wie dein Titel nennen wollte. Wir haben uns ein bisschen beim Video unterhalten, dann ist das Video heiß. Tick-Tickle wird schon mal wieder. Nein. Ich will sagen, dass du das Titel heißt vom Video von dir geredet haben. Nein. Hallo? Was? Will ich jetzt sagen? Was soll ich sagen? Ich will dann das Titel sein von... Ich kann das Titel sagen vom... ... äh... ... die Titel vom Video zu sagen. Er sagt alles. Von dir ab und geredet haben. Und wir machen auch ohne Schleppgräse. Wir machen auch ohne Schleppgräse. Sie sind jetzt sagpl Nein, das hast du gesagt, das in Englischenakter heißt, das ist Bob de Bombers der Gay Gayosed. Bob de Bombers der Gayced repent. Ok, mal gucken. Ich hab mein Glied im Sniper gefunden. Verlinkst du noch, wir machen ohne Schild. Noch mal, wir machen mit Schild. Verlinkst du meinen Namen? Nein. Das passt alles dann. So, dann hast du schon das Alter gefunden. Ich auch nicht. Ja, aber ich brauche ein bisschen mehr Munition, denn wir brauchen, glaube ich, zu verrunden. Denn es könnte dann das für ewig brauchen. Ey, also ich treffe meistens. So, also gut nehmen wir von Schild. Oh, schön. Also ich verwende es nicht, darf ich es aber behalten. Ihr darfst meine Sachen spalten, wenn ich um nichts. Was ist ihren los? Okay, kannst du da ein bisschen... Warum? Ich hab den Lenkraketen. Ich glaube, ich teste ihn mal kurz. Warte, ich will ihn kurz testen. Ich hab ihn noch nie getestet. Warte. Ich hab den noch nie getestet. Warte. Ich hab den noch nie getestet. Warte. Ja? Ne. Ich hab ihn mit deinen Lenkraketen gesehen. Warte. Warte. Ich kenn mich doch nicht, Schild. Warte. Mach keine deutsche Werte. Warte. 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 Aber bei uns blöflich bloß. Hat so ein bisschen mit Don Nein, das ist doch dumm. Ey, hier ist überhaupt keine Sniper drin, absolut nicht. Nur 100 Leben machen wir, oder? Also, endlich hat ein Sniper eine gute sogar gefunden. Warte, wir machen die erste Runde, also die erste Runde, also am Anfang habe ich mal 200 Schild, aber wenn man... Ich habe die Idee, wenn man am Anfang gestorben ist, bekommt man 200 Leben. Also man hat dann noch das Schild, aber wenn man einmal gestorben ist, hat man immer noch 100 Leben. Okay? Alles klar, also gut, ich brauche mir schon mal einen Tower, okay? Ich brauche, ich suche, okay, hast du schon die Sniper? Ich suche noch Munition, kannst du vielleicht was geben? Ne, ich habe nur 50 Schuss, hier, da brauchst du ungefähr 50 Schuss, ich brauche auch nicht so viel wie du. Ne, man sollte lieber 100 haben, denn man hat sonst so viel, dann hat sie nicht so viel, nicht. Scheiße, ich habe vor allem den Shotcut zusammengebaut, ja. Aber du hast wieder deinen Tower auf dem Haus gebaut. Nein. Oh, fuck, ich habe jetzt nicht mitgesählt. Ah, sag mal, du baust mal deinen Tower so, okay. Wir fehlen höchstens. Warte, ich suche mal kurz, warte. Frag ich überhaupt nicht. Ja, nein, Alter, aber du darfst mich meinen Tower wegsprengen. Ich mache es auch nicht, guck du, guck, sag du, du bist, damit ich schlaue. Ist, guck, da kann ich mir nicht mehr so tun. Ich sehe das 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 6. Was machst du denn jetzt? Ja komm, das war ja nur Spaß Jetzt darf ich weniger Schild als... Jetzt darf ich weniger Schild als zum Mundträger Nee, warte Eins Zwei Du brauchst den Hummelmann Drei Vier Fünf Ich könnte ja gerade die ganze Zeit snipen Ich komm nicht Alles klar, geht's los Nein Sieben Ich glaube, wir müssen noch höher bauen als du Acht Zinatschua Nein Ah, ich kann doch nicht gut sein wie bei Arbeiten Ups Mann ey, wieso hab ich so nicht Ich dann doch einmal hoch Nein Oh jetzt doch, komm jetzt Ups Äh, warte mal kurz Einmal der KD So Ja Warte, es geht... Los Doch, wir brauchen Kickenwerke machen wir jetzt Ja 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 Warte, nein Zähl mal der KD Oh Nein 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 Ich bin bereit Warte, ich zieh mal bei dir Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Du darfst einmal höher bauen Du darfst einmal höher bauen Kannst du halt gleich bei der KD Warte, ich muss mal kurz meine Plattform hier drehen Na, geht auch so Warte, ich zieh mal den Jackpack aus Nicht, dass ich... Warte Bin ich gleich gleich hoch? Egal Ich bin schon wie du oder jemanden Egal Geh los Ja, okay Wir machen so Wenn man nur noch ein Leben hat Dann darf man nicht drei hoch bauen Ohne Heile machen wir doch Ich hab nur noch 30 Leben Okay Dann sag ich mal was ehrenlos ist Ich passe Ich hätte jetzt eigentlich zugekommen Ich könnte dich eigentlich in der Luft treffen, ne? Na, pass mal auf, du hast mich fast getroffen, Alter Pass mal auf, du hast mich fast getroffen, Alter Wenn du triffst, wirst du nicht mal wenn ich oben bin, Alter Du triffst ja gar nirgends an den Räumen Aber ich auch nicht Zu deinem Glück bin ich auch kein guter Schütze Ich bin Scharfschützer Mann, du musst dich gut bewegt Ja, Mann, du musst dich am Weg Ja, Mann, du musst dich am Weg Let's go Leute, ich hab dich um Irgendwann auch ohne Heile, will ich dir sagen Mal, falls ich nicht gehört Okay Ups Ist Bob de Bombeis gay geworden? Ja, Bob de Bombeis ist gay geworden Ja, ich hab noch nie guter Scharfschützer Ja, ich hab noch nie guter Scharfschützer Ok, jetzt bin ich tot Du wirst doch sonst leben Wenn du nur noch 5 wirst auf 5 leben Ich hab noch 6 Warte, ich tanze Warte, wie lang geht's? Oh, 1 Minuten wieder 1 Minuten wieder 1 Minuten? Alter, Arsch ist ja noch eine Rackette auf dem Strich 1 Minuten? Ach so, du Ich will nicht zu, ich seh Ich will nicht zu Mann, krass, ich greif dich jetzt an Ich glaube, ich muss mal meine Trattetrehen Vielleicht geht's dann besser Hab ich jetzt dann einen besseren Trattetre? Ja, ja, dann muss Äh, noch was Es ist jetzt nur frei Roughenscheid, ob ich mich heilen darf Oder nicht Darf ich mich heilen? Ja, okay, ne darfst du Ich bin nicht so ehrenlos Okay Toll, jetzt hab ich irgendeinen Scheiße gebaut Ich will das, nee, wir machen das aber nur einen Spaß machen wir ohne ohne heilen Nein, 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 ich kann das nicht machen Ich bin weg, bitte Ich bin weg, bitte Ja, wollen wir haben... Es geht nicht Okay, ja, okay Es geht nicht Es geht nicht Es geht nicht, Alter Ja, das muss jetzt sein Du hast mich getötet Das heißt, ich muss dich zurücktöten So, alles klar, es geht weiter Ey, wie... Nein, 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 nee Das... Nee, ich hab, ich seh keine Akatenwerfer-Munition Wir können nur mal als Nightpad weitermachen Ich muss aber mein Turm wieder neu bauen Dann gibt es nur eine... Kommt wieder die Rakete Gibt's einen Chaos Ist nicht irgendeine Waffe, wo... Wo... Hm, egal Ups Ich glaube, ich kann mich nicht genug hoch bauen Kannst du mich gleich mit diesen... Das musst du uns... Das musst du mir wirklich noch eins... Nicht schießen Nee, keine Sorge Ah, Tiss Du gehst nicht noch eins... Ich meine... Ich hab Red Pack drin So... Also gut, geht's weiter Ach, Mann Pass mal auf, Alter Du hast mich wieder fast gekillt, Alter Kleine Killstealer, Alter Ich bin kein Killstealer, ich bin cool Du bist ein Nose, genau Mann Du bist so knapp Kannst du das sagen? Ich bin überhaupt nicht gut mit Schießen Ich glaube, die Leute, wo ein bisschen... ...verlust in Fortnite sind, würden mich auslachen Ja Ich... 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 Attacke... Häh! Unfair, Unfair... Unfair... Ist unfair Nee, ich hab einen Affen Schein Mach ein Ach... Du hast was abgekommen... Ja, hab ich nicht Sonst würdest du die Zahlen noch sehen Schade. Schwimmt ja. Mann! Kannst du die ganze 10 Sekunden lang stehen bleiben, bitte? Nein, kann ich nicht. Also 10 Sekunden brauchst du mich zu treffen. Ach, ist schade. War es so knapp? Ich hab vielleicht keinen Schuss mehr. Oh mein Gott. Ich hab nur noch 10 und 15 Schuss. Und du? Mann! Ich hab nur noch 20. Okay, dann bist du glaube ich schlecht tot. Oh mein Gott. Ich hab ne Idee. Wenn die Munition an ist, von keinem und der zuerst gestorben ist, hat dann verloren. Also der weniger Leben hat und Munition an will, hat dann verloren. Dann kämpfen wir mit anderen Sachen. Dann müsst ihr sogar andere Waffen nehmen. Ah, ich hab doch noch eine geile Schöne dabei. Dann machen wir einen... Dann bauen wir uns, dann bauen... Dann hab ich ne Idee, wir bauen dann... Dann kämpfen wir mit anderen Sachen. Oh oh. Na, Kampfwaffen. Mann! Ist knapp für Pech. Alter, ich kann aber gar nicht schmeißen, ey. Ich hab dich... Ja, wo bist du? Ach da. In deinem Arschloch. Entgeplatzt von der Augen. Ist verboten. Ja okay, ich schieße weg. Pass ich... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So wäre es so perfekt gewesen. Es kommen bald Maschinen. Mamm! Warum hast du dich... Du hast dich in den letzten Zeitpunkt bewegt. So. Reloading. Oh mein Gott. Ich hab gar nichts... Gar nichts geschnipen. Ich hab dich doch getroffen. Der kommt einfach... Der Schuss ist einfach hinter deinem Kopf. Ich ruf mir doch... Mach doch mein... Ach ja, ich kann doch schießen. Och nee, jetzt muss ich schon ein Steinblatt vom Baum oder was. Kann man eigentlich nicht, ey. Ich wollte schießen, aber nein. Du hast mich eliminiert. Stößt Stößt, hab dich eliminiert Ich glaub noch eine Runde an Beendschaftsvideos, geht auch schon 16... Oh ne ich glaub ich... Ah 16 Minuten, ja dann wird mein Speichern wieder voll Also gut Leute, das war's mit diesem Video. Hoffentlich hat's euch mal gefallen. Ich glaub zwar wie ein beschissen Typ Okay, da haben wir jetzt auch den Schienen gemacht Habt euch beschissen gesagt und tschau, Leute!